Wie können die Vereisung an verschiedenen Stellen des Körpers durchführen, da wo sensible Nerven an die Oberfläche kommen und Schmerzen verursachen können. Am Hinterkopf sind es drei Nerven, die Hinterhauptnerven an diesen Stellen, die Schmerzen auslösen, die von hinten nach vorne gehen. Im Bereich des Gesichtes besteht die Möglichkeit, zum Beispiel bei einer Trigeminusneuralgie, die Schmerzen unterhalb der Augenbraue und unterhalb der Augenhöhle zu behandeln. Normalerweise können wir Nerven nur behandeln, wenn sie rein sensibel sind. Es gibt aber einen Nerv, der für die Schulter verantwortlich ist, der an dieser Stelle unterhalb in der Schultergrube liegt, der hat auch eine motorische Funktion und den machen wir gerne bei Patienten, die nicht mehr operabel bei Schulterschmerzen sind. Als Ansatztendinose auch eine Vereisung der periostalen Nerven sehr gut zugänglich. Im Bereich des Armes ist der Tennis-Ellebogen an dieser Stelle und der Golfer-Ellebogen an dieser Stelle auch für eine Vereisung sehr gut zugänglich. Wenn wir auf die Rippen gucken, dann sehen wir, dass die Interkostalneuralgie, die zum Beispiel nach Operationen am Herzen oder an der Lunge relativ häufig auftreten, sind auch sehr gut zugänglich. Im Bereich der Lendenwirbelsäule sind die Facettengelenksnerven ebenfalls ein dankbares Ziel. Eine Spezialität bei uns ist die Behandlung der Nerviklunei, der oberen und der mittleren, die für viele Gesäßschmerzen und unteren Lendenwirbelsäulenschmerzen verantwortlich sind. Eine sehr effektive Methode. Bei Knieschmerzen, die einer Operation nicht mehr zugänglich sind, können die Nerven, hier der Nervus saphenus, vereist werden und man ist in der Lage, Knieschmerzen sehr effektiv zu behandeln. Auch weiter unten, wo sich der obere Nerv, der hier entlangläuft, gabelt und im Bereich der Muskelansätze ebenfalls präsent ist. Bei einer sogenannten Morton-Neuralgie, das ist ein kleiner Nervenknoten zwischen den Zehen, wenn hier ein Druckschmerz entsteht, kann man hier ebenfalls einen guten Effekt erreichen und häufig auf die Operation verzichten.